eigentlich wollte ich mit euch heute über diesen schönen großen roten punkt reden aber beim bau ist so viel müll angefallen dass wir eigentlich über den grünen punkt reden müssen konnichiwa willkommen in der noppenklötzchen scheune mein name ist blockstar und freunde endlich ist es soweit wir können die limited edition der 4850 der akagi hier auf kiel legen freunde ich freue mich heute ganz besonders euch den berühmtesten flugzeugträger der welt bzw japans vorzustellen die 4850 über 3600 steinchen ich freue mich richtig auf dieses video ich habe lange darauf gewartet ich glaube vor 8 gefühlt 45 jahren haben wir schon mal das gericht über die akagi gehört und endlich steht sie hier bei mir auf den bautisch ich lade euch jetzt ganz ganz herzlich ein mir beim bauen zu folgen wir schauen uns den inhalt dieses kartons an und natürlich gibt es auch eine menge historische fakten also freunde nichts wie ab jetzt hier auf meinen bautisch der klemmbaustein gewordene traum aller marine enthusiasten liegt hier auf meinen bautisch das kobe z 4850 die limited edition der akagi des berühmten japanischen flugzeugträgers das flaggschiff das den angriff auf pearl harber geleitet hat natürlich von kobe im maßstab 1 zu 300 aus der historical collection 3610 steine schwer und wir bekommen hier eine mini figur nämlich captain kichi hasegawa und freunde lasst euch nicht von diesen jn stören dass ein kürzel dass es er später gab was hinzugefügt wurde um diese schiffe der epoche der japanischen imperialen flotte hier zu kennzeichnen es steht nämlich englisch für imperial japanese navy freunde ein cooles schiff auf das wir schon lange gewartet haben ich kann mich erinnern wir hatten einen live stream hier mit all meinen mod kollegen aus der facebook gruppe kobe freunde ger da haben wir vor jahren schon einmal darüber geredet dass die akagi kommt und nun liegt sie hier im karton 3610 steine schwer ich habe es euch gesagt auf meinen bautisch ich bin richtig begeistert freund aber genauso schwer begeistert wie ich bin von dem set wird jetzt wahrscheinlich die aufgabe sein dass hier einmal umzudrehen diese schweren karton um die rückseite uns anzuschauen denn ich möchte euch ja ein paar fakten zum schiff liefern nämlich einmal dass es 86 cm lang wird dass es hier steht zwar 20,5 und der fall nach oben das aber falsch hiermit ist die breite gemeint es wird 20,5 cm breit und um die 17 cm hoch wir haben den kapitän plus kartentisch und karte und wir bekommen sieben grüne und sieben weiße flugzeuge sowie einen fahrstuhl und da kann ich euch verraten auf der spielbahnmesse nürnberg wo wir die akagi schon begutachten konnten ich blende euch hier schon mal bilder ein vom prototypen da ging der fahrstuhl noch nicht da ist sich um eine limited edition handelt bekommen wir hier auch ein zertifikat ihr könnt ihr jetzt schon mal raten und in die kommentare schreiben was für eine nummer wie hier bei dem set haben original foto darf natürlich auch nicht fehlen und die fakten bekommt ihr gleich sowie alles weitere auf den info karten ja freunde und jetzt normalerweise würde ich den karton fliegen lassen um den inhalt zu begutachten aber heute müssen wir etwas anderes machen freunde wir schauen uns trotzdem jetzt den inhalt dieses kartons genauer an freunde schaut euch an 10 picke packe volle tüten voller klemmer stein lust in grau schwarz weiß beige und natürlich rot das sind hauptsächlich die farben dieser zehn bautüten sowie dreier hochglanz anleitungen in din a4 klammer gebunden und schwer vom gewicht her sowie trommelwirbel meines zertifikats wir haben die 112 nicht ganz geschafft wir haben die 113 bekommen die nummer ist mir hier aber nicht so wichtig denn ich möchte euch das set ja präsentieren glückwunsch an alle die niedrige nummern haben daher kommt jetzt aber erstmal das zertifikat an die seite schauen wir uns die anleitungen an altersempfehlung ab elf jahren über schiffen gehe ich da nicht ganz d'accord wenn dann bitte mit papa mama opa onkel und so weiter wir schauen uns die anleitung 1 an und sehen hier auch gleich die gliederung dass wir für die anleitung 1 die tüten 1 bis 3 bearbeiten für die anleitung 2 dann 4 bis 7 und für die anleitung 3 dann 8 bis 10 wir haben in jeder dieser anleitungen solche legenden damit wir wissen welche slopes und welche brackets und welche wedges wir benutzen gerade bei den schiffen ist es ja ziemlich wichtig dass man nicht hier die richtigen slopes erwischt wir reißen die tüte 1 auf hier damit fangen wir an und kann uns dann bis zur bauleitung 3 zur tüte 10 durch denn dann wissen wir auch wie viele bau steps wir genau gebraucht haben denn kobe anleitungen haben ja keine seitenzahlen wir brauchen 656 bau steps bis wir fertig sind und eigentlich noch ein paar mehr für die figuren auf den letzten seiten finden wir dann immer die teile übersicht sollte euch bei diesem set ein teil fehlen oder mehrere könnt ihr es gleich hier unten monieren dahin schreiben foto machen und dann bekommt ihr eigentlich relativ schnell die teile und für alle die nicht wissen wie man mit einer kobe anleitung baut zeige ich es auch noch ganz schnell wir reißen also hier die tüte 1 auf verteilen das auf schädchen tellerchen sortieren das auf farben wie immer wir das möchten und der aktuelle farbschritt ist immer der bau step also das was farbig ist ist der aktuelle bau step das wollte ich sagen hier sehen wir der aktuelle bau schritt ist die 2 der davor ist ausgegraut in diesen rechtecken sehen wir immer die teile die wir benötigen und feile weisen uns den weg und so eine legende wie am anfang haben wir oft auch wenn wir fliesen verlegen wir sind also fliesen leger wahrscheinlich auch hier ganz groß bei dem schiff und da können wir dann auch immer sehen welche fliese in welcher länge wir verbauen müssen hier sehen wir zum beispiel dass wir eine einmal zweier fliese verlegen ja freunde jetzt habe ich viel gequatscht aber eigentlich brodelt in mir denn ich möchte jetzt unbedingt für euch klemmen und noch mehr für euch die fakten aussprechen deswegen euch viel spaß beim bauen bzw beim hören der fakten bei der akagi aus dem hause kobe der limited edition der 4850 viel spaß dabei speed bild zeit ist fakten zeit und natürlich sprechen wir heute über die legendäre akagi die akagi ein name der in den analen der maritime militärgeschichte sowohl berühmt als auch berüchtigt ist spielte eine entscheidende rolle in der frühen phase des pazifikkrieges während des zweiten weltkrieg ursprünglich als schlachtschiff bzw schlachtkreuzer in rahmen des 88 flottenprogramms japans konzipiert wurde die akagi in den 1920er jahren in reaktion auf die beschränkungen des washingtoner flotten abkommens zu einem flugzeugträger umgebaut dieser umbau war nicht nur ein zeugnis japanischer ingenieurskunst und anpassungsfähigkeit sondern auch ein vorbote der zukünftigen bedeutung der flugzeugträger in der seekriegsführung mit einer verdrängung von über 36 1500 tonnen einer läge von circa 260 metern und ausgestattet mit einem flugdeck das fast ihre gesamte länge einnahmen war die akagi bei ihrer indienststellung im jahr 1927 eines der größten kriegsschiffe der welt ihre bewaffnung umfasste anfangs 6 20 cm kanonen 12 12 cm kanonen und 28 25 mm typ 96 flugabwehrkanonen die im laufe der jahre weiter angepasst wurde doch es waren nicht ihre geschütze sondern ihre flugzeuge die die akagi zu legende machten mit der kapazität von 91 flugzeugen darunter jagdflugzeugen bomber und aufklärungsflugzeuge wurde sie zu einer schlagkräftigen und flexiblen waffe des kaiserlich japanischen marine die akagi spielte eine schlüsselrolle im angriff auf pearl harbor am 7 dezember 1941 einem ergebnis dass die vereinigten staaten direkt in den zweiten weltkrieg zog unter den kommando von vize admiral chuchi nagumo starteten von ihrem deck aus wellen von flugzeugen in den frühen morgenstunden die den amerikanischen marinestützpunkt auf hawaii überraschten und verheerende schäden anrichteten dieser angriff demonstrierte eindrucksvoll die strategische bedeutung von flugzeugträgern und verendete die art und weise der seekriegsführung für immer doch ihre berühmte und auch letzte schlacht sollte die schlacht um midway im juni 1942 sein in einem gewagten und entschlossenen manöver der us navy wurde die akagi durch einen luftangriff schwer getroffen ein einziger glücklicher treffer einer 1000 pund bombe abgeworfen von einem sb die dauntless sturzkampfbomber durchschlug das flugdeck und entfachte ein feuer in den hangernahen bereichen dass durch die dort gelagerten flugzeugtreibstoffe und die munition der maschinen intensiviert wurde die schäden waren verheerend und führten letztendlich zur aufgabe und selbstversenkung der akagi durch ihre eigene besatzung um sie nicht wie damals typisch im krieg nicht in feindliche hände fallen zu lassen die versenkung der akagi beim mit markierte einen wendepunkt im pazifik sie symbolisierte nicht nur den verlust eines der stolzesten schiffe der kaiserlich japanischen marine sondern auch das ende der japanischen expansionen im pazifik die schlacht um midway wurde zu einem symbol des amerikanischen widerstands und durchhaltevermögens und leidete die wende im pazifik ein die geschichte der kagi ist eine erinnerung an die macht und die risiken der seekriegsführung an den mut und die opferbereitschaft derjenigen die auf see dienen und an die unerbittliche entwicklung der militärischen technologie die im laufe der geschichte immer wieder neu bestimmt wurde die schlacht beim midway markierte wie schon erwähnt einen wendepunkt in der strategischen marine kriegsführung weg von großen schlachtschiffen hin zur träger gestützten luftunterstützung zum angriff auf maritime oder landziele per luft die trägerschlacht war ein sinnbild für taktik aber auch glück und mut in der mitte des zweiten weltkriegs ab diesem zeitpunkt hat natürlich japan trotzdem noch weitere offensive aktion gestartet aber der große schlag der bruch bzw der versuch der amerikanischen navy im pazifik mit den einnahmen der midway inseln das genick zu brechen schlug viel und japan sah sich seinem ende schon damals in den augen fokussiert schon admiral yamamoto sagte vor dem krieg bekomme ich befehl ohne rücksicht auf die konsequenz krieg zu führen so werde ich sechs monate oder ein jahr lang wild um mich schlagen sollte der krieg aber ein zweites oder drittes jahr dauern sehe ich äußerst schwarz die japanische strategie war ja auf einen schnellen harten erbarmungslosen schlag ausgelegt der schon bei pearl harbor mit der versenkung der flugzeugträger nicht glückte da die flugzeugträger nicht in pearl harbor stationiert waren und mit den scheitern der offensive bei midway war die japanische taktik eigentlich gegen die usa gescheitert durch das anlaufen des flotten rüstungsprogramm der amerikaner lief die industrielle rüstung auf hochtouren dort konnte das japanische kaiserreich nicht mithalten und mit den verlusten von vier flugzeugträger war das gleichgewicht im pazifik auch schnell wieder hergestellt und der rüstungsmotor der usa rollten und somit kam japan schnell ins hintertreffen bitte seht mir nach natürlich könnte man noch viel mehr fakten jetzt hier in dieses video packen die akagi und der pazifik kriegsschauplatz bieten hier eine menge an fakten die ich erzählen kann ich muss mich aber hier ein bisserl beschränken denn wir wollen ja auch noch über ein klemmbaustein zertreten nämlich über das kobe set 4850 und das machen wir jetzt auch freunde viel spaß beim review der akagi von kobe nach elf stunden bauzeit also mehr als einen arbeitstag eines normalen menschen steht unsere 4850 die akagi in der limited edition aus dem hause kobe ich hier auf meinen bautisch 87 cm ist sie lang und damit mein zweitgrößtes kobe set ich habe ja die hutsche einmal gebaut die 88 cm wobei die akagi hier natürlich bulliger wirkt aufgrund der höhe warum weshalb wieso kommen wir gleich noch dazu bevor wir aber natürlich jetzt hier dieb einsteigen möchte mit euch noch kurz über die normale version sprechen nämlich die 4851 wir ja demnächst kaufen könnt es verschiebt sich ja ein bisserl weil es bei kobe gebrannt hat die normale version wird nicht wie hier 14 flugzeuge haben sondern laut kobe webseite nur fünf finde ich interessant weil auf dem karton sind bei der normalen acht abgebildet und auch bei der version die man auf der nürnberger spielwaren messe gesehen hat wir waren ja da waren es auch acht flugzeuge ich bin mal gespannt wie es da wirklich sein wird ihr werdet bei der normalen version nicht diesen kartentisch samt fliese dabei haben natürlich kein zertifikat und auch keine minifigur und auch nur ein normales typen schild so in weiß wie wir das von anderen schiffen kennen der preis der normalen version beläuft sich dann auf 249 euro 99 cent bei 3573 steinchen und das ist krass weil ich habe für diese hier die limited edition meine 113 242 euro und 91 cent im vorverkauf bezahlt regulär wird die limited edition 269 euro und 90 cent kosten laut herstellerempfehlung wobei das hier ja jacke wie hos ist weil es die limited editions ja nur bei kobe gibt die normale version dann auch bei händlern und da kann ich euch nur meinen partner ans herz legen den shop habe ich unten verlinkt es gibt da ja einen 15 prozentigen rabattcode den ich selber benutze und deswegen empfehle ich euch weil wenn wir ihn alle benutzen haben wir alle was davon ich kaufe auch mit diesen rabattcode ein findet ihr alles und eine video beschreibung so haben wir die 4851 abgefrühstückt und jetzt könnten wir anfangen hier über das schiff zu reden uns das alles anzuschauen aber ich möchte erst über die historischen fakten noch etwas reden denn da gibt es noch ein paar zahlen datenfakten die ich euch noch mit auf den weg geben möchte und zwar hat die akagi ja als schlachtkreuzer angefangen beziehungsweise schlachtschiff und da sieht man auch ganz gut hier dieses aufgesetzte deck hier unten kann man ganz gut erkennen dass hier mal ein anderes schiff sich versteckt hat beziehungsweise geplant war das nämlich am 6 12 1920 ihren dienst in der japanischen marine antrat aber wie gesagt nicht als flugzeugträger das passierte erst als umbau nämlich im november 1923 und der stapellauf war dann am 22 4 1925 aber nur weil es schwimmt heißt es ja noch nicht dass es fertig ist richtig in dienst gestellt wurde es dann nämlich am dritten dritten 1927 und deswegen haben wir auch hier hinten die 1927 stehen da steht es ja auch ja und am dritten dritten ist die quasi in den dienst getreten und am 6 6 ist sie gesunken nämlich am 6 6 1942 den rahmen der schlacht von midway darüber reden wir aber auch nachher noch einmal wenn ihr detail fotos bekommt also ihr seht heute gibt es eine ganze menge fakten auch rund um das schiff und gar nicht so sehr um die klemmbausteine ja das haben wir jetzt abgefrühstückt ganz wichtig noch wir haben hier drei anleitungen die sind wirklich easy wegzulesen die haben wirklich spaß gemacht zu studieren sage ich mal waren auch nicht wirklich schwere sachen dabei aber ich habe bei diesem schiff zum ersten mal bei kobe geklebt nicht mit richtigen kleber kein sekundenkleber sondern mit beidseitigen klebeband und deswegen schauen wir kurz mal in einer anleitung rein das ist nämlich hier die anleitung 2 ich habe es mir hier mit zum postet markiert denn wir haben ja bei den flugzeugträger fahrstühle um die flugzeuge auf das flugdeck zu transportieren und die werden hier bei kobe mit technik mitteln gebaut wir haben hier so einen großen klotz sehr massiv und dieser klotz ist wie man sieht hier am bindelglied zweier hälfte man sieht auch so schön wie das schiff gebaut wird also hier einmal massiv mit vielen brackets und dann einmal hier auch wieder mit brackets wir bauen hier in der mitte schön quasi vertafelung drauf es lohnt sich wirklich den speed bild vielleicht aber wegen fakten und b auch wegen den bautechniken sich noch mal anzugucken jedenfalls haben wir hier einen stopper verbaut hier mit einem slope oder mit einem einmal zweier slope der auf nur zwei noppen hängt und hier hinten logischerweise keine noppen verbindung hat weil wir schräg ja liegend bauen horizontal und deswegen musste ich hier hinter mit beidseitigen kleberwand arbeiten damit während des baus weil es dauert ja lange bis wir hier verkleiden nicht immer hier wie ein zylinder der fahrstuhl hin und her klatscht und mir das ding abreißt ich habe das schiff schon fertig gehabt und hat es hier drinnen sich angehört wie beim überraschungsei und das lag daran dass dieser stopper hier ihr seht ja hier an einmal zweier geht vor rausgebrochen war weil er nur an zwei noppen hängt vielleicht habt ihr wenn ihr das schiff gebaut habt ihr auch dieses problem oder wenn ihr es baut dann könnt ihr darauf achten sonst habe ich ja wirklich nichts daran auszusetzen außer ja wie gesagt dass ich euch noch mal zeigen möchte wie gebaut wird also hier haben wir fast typische kubi bautechniken wobei wir hier eigentlich drei arten von bautechniken verwendet haben nämlich einmal dass wir horizontal arbeiten dass man auch hier auf den deck sieht dass wir massiv arbeiten hier in dem bereich was erfreund in andere gesehen haben und dass wir hier vorne eine mischung aus beiden haben also eigentlich zwei beziehungsweise drei bautechniken ich packe die anleitung mal zur seite die haben wir durch es wird einmal klatschen buff ja jetzt geht's ans eingemachte vielleicht vorab noch ihr habt gesehen meine 113 ich bin eigentlich ein sammler niedriger nummern aber ja wenn man ein normales berufsleben hat ist das manchmal schwierig früh um 10 uhr so ein set zu kaufen aber ich baue es euch ja da ist mir dann die nummer fast gar nicht mehr so wichtig wenn ihr trotzdem gegen eine niedrige nummer tauschen wollt schreibt mich an hey so freunde jetzt aber ans eingemachte ich habe euch gesagt 88 cm war die hut hier haben jetzt 87 cm trotzdem ist hier euch das set zu präsentieren gar nicht so einfach einfach von der größe und der höhe schauen wir was wir über haben eine ganze menge an steinchen sogar hier eine zweimal dreier plate ich weiß gar nicht wo ich die vergessen haben soll ich hätte gedacht am stand aber nein da ist auch alles da wo es hingehört aber eine ganze menge an bügelperlen stäbchen antennen ketten glieder und solcher kanonen röhrchen bzw antennen und hier der berühmte bügelperlen auf applikator ganz ganz wichtig einfach nur ein weißes vor mit seiner spitze um naja das sind die steine über sind ach ja und hier auch ein paar propellerchen ja also immer wieder cool wenn man für den preis auch noch steine dazu bekommt jetzt etwas was ganz wichtig ist nämlich was macht das set zu einer limited edition eine besondere fliese zum beispiel diese hier vom angriff auf pearl harbor ich denke mal das sollen die flugrouten sein denn wir sehen da im vordergrund hier die battleship row auch mit den flammen das waren die angriffsrouten der japanischen torpedobomber auf pearl harbor coole fliese ob sie ganz historisch stimmt weiß ich leider nicht dazu den berühmten ich wollte schon sagen fliesentisch aber hier stimmt ja wirklich denn er ist ja seiner großen fliese gemacht man verzeiht mir diesen witz also ein cooles gimmick für eine limited edition die das flagschiff sein will des angriffes auf pearl harbor dann kommen wir nicht um diese minifigur herum wie ich richtig krass finde ihr bekommt sie in rechts noch mal groß zu sehen wir haben nämlich hier den kommandanten der akagi beim angriff auf pearl harbor nämlich kichi hasegawa admiral beziehungsweise chef der ganzen ausführung der unternehmung war ja chuchi nagumo aber das wisst ihr vielleicht alle die den film pearl harbor oder midway oder tora 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 oder so pacific gesehen haben was ich ganz klasse finden dieser figur ist diese typische coole japanische marienuniform die aussieht wie so ein moderner blazer so richtig cool blau zugeschlossen hier oben unten sogar geht irgendwie die knöpfung auf die naht wird sogar über gedruckt bis zur hose also silber schwarz und blau mit diesen abgesetzten taschen und den goldenen ornamenten richtig cool und dann hinten ganz schlicht blau und schöne schwarze halbschuhe und natürlich ein dienstglas was das aber alles so richtig rund macht ist hier unten los kamera schalte dich scharf denn das ist ganz wichtig hier unten auf dem stand haben wir eine aussparung zwei noppen dass wir die figur drauf machen können das hätte ich wirklich nicht erwartet und feiere ich total und werde ich bestimmt noch mal erwähnen weil ich es so richtig cool finde vielleicht könnt ihr euch erinnern ich habe in vielen flugzeugvideos bei kobe reviews hier schon immer gesagt bitte kobe mach sowas ich bin nicht müde das so oft zu erzählen bis kobe das andauer macht richtig cool ja also weg mit dem schnick schnack schauen wir uns die akagi an ganz cool und ganz berühmt ja auch ist ihr schornstein den wir hier mit einem hinge gebaut haben er ist sogar schon ein bisschen lose man muss natürlich bei so einem großen schiff gerade was auch hier also eine horizontale bauweise hat aufpassen wo man anfasst gerade diese überstände da ist es sehr fragil und generell haben wir das flugdeck ja auch hier drauf gedrückt deswegen aufpassen 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 am besten immer hier unten anfassen und gut ist auch gerade die schrauben können bei kobe schiffen sehr schnell abfallen schauen wir uns ein kleines flugzeug an ich denke mal es soll eine 0 sein schön in grün hier mit propeller den man nicht so gut drehen kann aber er dreht sich und unten dann halt hier die möglichkeit das flugzeug auf zum noten mit dem berühmten roten hoheitsabzeichen die aufgehende sonne oder untergehende ich weiß es gar nicht aus dem hause des japanischen kaiserreiches richtig cool ist diese abwehr bewaffnung die sich unterscheidet man sieht generell bei dem set wirklich ich habe es gerade schon gesagt dass es mal ein schlag kreuzer war diese aufgehobenen decks zum beispiel und dass wir hier auf der einen seite die abwehr bewaffnung haben die so mit diesen kleinen und größeren kanonen daherkommt und auf der anderen seite haben wir dann ups ihr seht wie groß das schiff ist habe ich ja ein richtig großen wendekreis auf meinem tisch ja und hier seht ihr dann wieder ein bisschen andere abwehr bewaffnung und auch ein bisschen das kann man hier vielleicht gut sehen ich drehe es noch mal ganz kurz das meine ich da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen das ist schnell wieder dran geklemmt gerade weil wir hier diese halben teils haben die halben fließen aber vorsicht aber solche sets sind ja welche fürs regal da fummelt man nicht viel rum was ich sagen wollte ist hier haben wir das deck ja trapez förmig also nicht wundern beim baum denkt man sich so hö ich guck doch falsch aber nein es ist kein richtiges dreieck es ist trapez förmig und auch die stangen hier unten die können mal lose gehen wenn man nicht richtig fest drückt das ist immer so ein teil der nicht so spaß macht zeige ich euch gleich noch in groß was ich euch noch zeigen will auf jeden fall sind die fahrstühle die man hier unten bewegen kann indem man zahnräder bewegt oder ein großes technikrad hier sagt sagt dann geht das ganz gut bei dem fahrstuhl in der mitte ist es ein bisschen schwieriger denn ihr seht schon hier ist der stand im weg und da kann man nicht so ganz gut runter fassen ich versuche es jetzt mal trotzdem indem ich näher heran hole und von der seite hier geht es achtet mal auf das flugzeug hier ich mache die fahne mal kurz zur seite dann sieht man es besser da man fummelt hier mit dem finger hinten rum also einmal unten drunter ja ich weiß fsk 18 und dann kann man das hoch und runter drehen und geht ganz gut richtig cool halt durch diese bauweise auch dass man hier sogar die markierung hat bis in den fahrstuhl auch cool ist diese bedruckte insel die man hier so ab machen kann weil typisch kobe bautechniken nämlich einfach hier mit offenen steinen und hier unten mit brackets generell ist dieses schiff voller brackets 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 aber auch ein paar druck ihr seht hier auf diesen stein ist unsere insel bedruckt und dann noppen wir die insel einfach hier auf diese löcher drauf und fertig highlight natürlich das ganz große fliesendeck sage ich mal diese riesengroße fliefe des japanischen hoheitsabzeichen und wo wir beim hoheitsabzeichen sind zeige ich euch noch ganz schnell hier vorne ich muss wirklich aufpassen weil das schiff ist halt sehr sehr groß und ich werde jetzt kippen und wahrscheinlich fällt mir dann hinten gleich die schraube ab aber freunde es ist schwer so da ist die typische japanische glaube es die lotusblüte das zeichen des japanischen kaiserhauses schön ich hier kamera macht scharf schön hier die anker auch die ankerketten die hier so unter das deck laufen kein spaß gemacht haben diese städchen hier zu bauen die hier noch synchron sind also generell ist hier noch alles gerade ihr seht es so sieht es noch einigermaßen geradeaus aber wenn ich schiffen umdrehe ich habe es euch gesagt hier ist es dann schief ihr seht schon das deck so ein bisschen verschoben und auch da die diese verstrebungen sind verschoben trotzdem sieht es richtig cool aus ist richtig was los im unterdeck wir haben ja die abwehr bewaffnungen wir haben hier die verstrebungen wir haben hier rettungsboote größere sogar mit geschützten deck irgendwie und kleinere und halt auch hier hinten eine so da ist es eine anker kette und man kann sogar so ein bisschen da rein gucken sind so angedeutete öffnung für die hunger und natürlich schrauben 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 ich kann euch nur empfehlen freunde baut die vielleicht zum schluss weil man muss auch in der bauanleitung ab und zu mal das schiff drehen und wenden und dann fallen diese ab also schaut euch vielleicht an wie man das baut legt euch die teile zur seite oder steckt es grob zusammen und dann macht ihr es zum schluss drauf und hier unten ist noch mal das zahnrad für den fahrstuhl ich war einmal ganz kurz hier so an der kamera vorbei ihr bekommt ja gleich detailbilder dann seht ihr alles noch einmal ganz genau tada unscharf aber hier noch mal schön einmal ein rotes lichtelement und hier ein grünes lichtelement und was ich euch noch zeigen möchte zum abschluss ist der stand nämlich die gelaserten typen schilder hier sehen wir das jn die akg beziehungsweise das imperial japanese navy akg 1927 bis 1942 im maßstab 1 zu 300 meine 113 und hier noch einmal die infos die ich euch auch gerade gesagt habe nämlich dass das schiff im märz vom start beglaufen ist ich habe ein anderes datum dritter dritter hier steht 25 naja die wahrheit liegt irgendwo dazwischen und wie immer sind meine fakten ohne gewehr ich mache das ja hier aus hobby so freunde 15 minuten haben wir über die akg geredet über die normale version über die limited edition sie hat mir grandios spaß gemacht ich habe wirklich elf stunden bauspaß par excellence gehabt mir wurde hier nichts zu langweilig ich habe es richtig genossen hier brackets zu bauen also drauf zu klatschen auf gut deutsch also eine faktafelung zu machen hier dann quasi hochkant zu bauen und dann hier wieder horizontal das flugdeck also wirklich zucker 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 kubi danke für elf stunden bauspaß freunde ihr bekommt jetzt 52 detail fotos und noch mal ein paar fakten zu japanischen flugzeugträger und zu einem ganz kuriosum was einem japanischen flugzeugträger passiert ist all das bevor wir uns zum abschluss noch einmal in die augen sehen liebe freunde ja freunde wie versprochen bekommt ihr hier noch einmal detailbilder 52 an der zahl etwas für euch zusammengerafft ich wollte euch und das gibt es ja immer bei mir noch ein paar fakten während wir die bilder hier gucken mit auf den weg geben und zwar um welche flugzeugträger es sich noch handelte die neben der akagi den angriff auf pearl harbour fuhren das waren nämlich noch die kaga die so rio die hiru die shokaku und die zuikaku das waren die flugzeugträger die die akagi beim angriff auf pearl harbour begleiteten und da ich es auch schon erwähnt hatte dass die akagi ja bei midway sanken wollte ich auch hier die traurigen schwestern nennen die mit der akagi versanken das war nämlich die kaga die so rio und die hiru aber freunde das war noch nicht alles denn es gibt noch eine interessante geschichte zu einem japanischen flugzeugträger und zwar zu der geschichte der shinano den damals größten japanischen flugzeugträger der im november 1944 zehn tage nachdem er offiziell in dienst gestellt wurde schon von einem amerikanischen urboot versenkt wurde der flugzeugträger hatte damals eine maße von 70.000 tonnen verdrängung und war eines der bestgültesten geheimnisse der japanischen marine deswegen glaubte auch keiner den kommandanten der uss archerfish die vier torpedos in den bauch dieses flugzeugträger rammte und ihn versenkte dass er so einen großen flugzeugträger versenkt hat man dachte es wäre ein flugzeugträger der hier klasse und das war es erst nach dem krieg merkte man dass er den größten flugzeugträger der welt versenkt hatte und er bekam hinterher dann noch das us navy cross verliehen ja freunde sachen gibt es ja freunde da ist das video schneller zu so schnell ist das video gar nicht zu ende elf stunden bauzeit und jetzt hier wir gehen in die halbe stunde normalerweise packe ich euch auch den karton hier am ende noch mal mit zum set habe ich jetzt weggelassen weil dieses schiff einfach nur cool ist und der karton hier so ein bisschen die sicht für euch versperrt hatte ich würde gerne meckern weil meckern bringt klicks das wissen wir bei youtube schlechte meinungen schlechte stimmungen das gibt views da geiert der mensch nach ich bin aber hier wunschlos glücklich und auch mit dem preis gehe ich persönlich d'accord denn ich habe es ja mir im vorverkauf gesichert und somit weniger bezahlt als im regulären markt dass die normale version jetzt leider durch den brand bei kobe nach hinten sich verschiebt tut mir leid aber ich muss euch echt sagen wenn ich die kohle über hätte würde ich vielleicht mir sogar die akagi noch mal kaufen denn ich hätte hier bock wie umzubauen in den schlag kreuzer aus den 1920er jahren aber so ein guter mocker wie andreas fricke bin ich nicht aber wer weiß wie weiß und wenn ihr nicht wisst wer andreas fricke ist dann schaut mal oben auf dem i bei mir vorbei auf meiner kobe playlist da gibt es nämlich ein zwei videos von lieben andreas der ein paar kobe schiffe gemockt hat und generell findet ihr alles mögliche zu kobe da ja jetzt habe ich aber auf jeden fall die 30 minuten geknackt ich entlasse euch jetzt aber trotzdem würde mich über einen kommentar und einen daumen freuen vielen dank an alle die neu auf meinem kanal sind und bei schiffen bleibe ich wie immer schiff ahoi gute fahrt auf wieder bauen euer freund der blockster